Hm, weiß ich nicht. Und ich habe immer noch keine Waffe, ne? Okay, kann ich irgendwas ablegen? Oh Gott. Ich hasse, dass ich so nicht rauskomme. So, kann ich hier, konnte ich hier irgendwas ablegen? Guck mal, hier liegt ja auch wieder Take What You Need, so nach dem Motto. Aber kann ich hier auch mal was weglegen? Nee, ne? Ja, hier liegen kaputte Waffen. Ich könnte noch 9mm Munition machen. Okay, kann ich nicht. Ich hasse die Gui. Kann ich aus dem Inventar irgendwas weglegen? Anscheinend nicht. Ja, okay. Okay. Naja, wenn wir was brauchen. Aber dass ich immer noch keine Shotgun habe, macht mich traurig. Die hätte ich gerne. Ich gönne mir erst mal noch ein Käffchen, wa? Es wird dunkel. So, wie kommen wir denn da rein? So wahrscheinlich, ne? Okay, der wird noch gar nicht angezeigt. Was greift mich denn hier jetzt an? Das ist frech. Das ist frech. Von der Ruhe! Oh! Oh! So! Kiki, warum kommt da nix? Ah, ich glaube, der Alert ist geradeaus. Ich glaube, der ist geradeaus. Ich will in den Tower von London. Oh Gott, da ist schon wieder so eine Sau. Ey, der Alert ist geradeaus, glaube ich. Ich bin der Ausnahme. Aber eben hat man zumindest noch den Sound gehört. Das wundert mich gerade. Oh, da ist die Temse. Guck mal. Lass mich in Ruhe. Kann ich über die Mauer balancieren? Ist hier wieder eine Spinne drin. Oh, guck mal, die Temse. Ah, der ist da. Der ist auch nicht da. Ah, da ist es da. Kann ich hier ins Wasser in die Temse rein? Nee. London Eye ist da zu sehen. Ich will in den Tower auf London. Wie komme ich denn da rein? Komm, ich nehme euch jetzt mit. Wir gehen jetzt in den Tower auf London. Wie auch immer wir da reinkommen. Wir finden einen Weg. Bei Hit ist der Sound anscheinend geradeaus. Ich will da gerne rein. Der Tower auf London steht auch immer noch nicht als discovered. Hier ist nur der Bunker. Äh, ja, jetzt nicht mehr. Aber heute über Tag war es schon widerlich. Also heute über Tag war es schon ekelhaft. Oh, Big Ben. Da ist Big Ben. Ach, schön. Wo ist denn hier der Eingang? Äh, der hatte auch Teriyaki-Fürze, meinte er. Der hat mitgefürzt heute. Können wir in den Big Ben rein? Ah, jetzt. Ja. Palace of Westminster. Attention. Ich will da rein. Mach auf! Warte, da ist was. Ah, kommen wir so rein? Natürlich nicht. Ach, guck mal. Nee, da kommen wir erst rein. Wir müssen den noch haben. Das sind die drei, die wir gemacht haben. Attention, please. Ah, guck mal. Die ersten drei, da haben wir gemacht. Und jetzt brauchen wir noch den vierten da. Diesen Dude hier. Oh, nee. Wo denn jetzt schon wieder? Aber wo muss ich denn da hin? Da müssen wir mal die Stadt absuchen. Ich ignoriere ehrlich gesagt jeden, der mich verfolgt. Lass mich einfach in Ruhe. Mind the gap between the train and the platform. Underground. Ach, herrlich. Ich liebe es hier. Also, im echten London mag ich es mehr, aber hier mag ich es auch. Aber der Verkehr ist in London genau so. Wer schon mal in London war, der weiß es. Ja, das ist genau so, wie es hier ist. Ich glaube, ich muss bestimmt da hinten irgendwo hin, oder? Scotland Yard? Komm, wir gehen mal zu Scotland Yard. Wir gehen zu Scotland Yard. Jetzt kommt die Polizei. Jetzt werden wir festgenommen. Oh Gott. Hier sind Spinnen. 100 Pro sind hier Spinnen drin. A useful way. Explore the police station. So, herzlich willkommen bei Scotland Yard. Äh, hallo? Ah, Meetingraum. Da ist kein Wasser drin, sondern Alkohol. Hm? Kann ich den Fernseher rum? Nein, ich kann einen Kratzer reinmachen. Zu viel gefurzt. Ja, vielleicht ein bisschen, ne? Das Spiel spielt übrigens im Jahr 2042. Also, in 18 Jahren wird es in London so aussehen. Na? In 18 Jahren ist das das London dazu. Ich nehme wieder eine Machete gerne. Danke. Debrief lock. Suspect caught and locked in cell 12. Suspect class SEDP. Right to fair trial refused. Suspects weapon. Shotgun! Ah! Wir kriegen hier die Shotgun endlich. Ich will die Shotgun haben. Gib mir die Shotgun. Okay, wir müssen hier die Shotgun mitnehmen. Mein Leben hat endlich einen Sinn. Wir hätten die also schon lange haben können. Ich bin nur immer drum herum gelaufen. Wie ich das immer so mache. Um die wichtigen Locations laufe ich in Spielen immer rum. Alles, was unwichtig ist, da gehe ich hin. Hallo? First Aid Kit? Meinst du, der Günther trifft sich nochmal mit uns? Ich glaube schon. Also, wir haben heute schon geschrieben. Und ich glaube schon. Mein Inventar ist voll. Ist hier noch was im Locker? Ist das hier irgendwo drin? Nee, ne? Ich glaube schon. Der Günther müsste nachher auch bald irgendwie hier auftauchen. Oder er hat Angst. Aber er war schon ein bisschen verstört. Das kann man nicht anders sagen. Lass mich da rein. So einfach ist es nicht. Okay, wir brauchen Code. Nö. Sehr beruhigend. Ja, ja, ja. Doch, ich glaube schon. Ich glaube, er hat es jetzt überstanden. Wir müssen den Code rausfinden. Ich brauche einen Code. Was haben wir da? Da ist irgendwas. Ach, da ist die Tür. Hat der nichts Nützliches hier im Büro? Seine Frau von hinten? Warum fotografiert man seine Frau von hinten? Warum nicht von vorne? So. Hier geht es auf jeden Fall schon mal Muni. Inventory full. Okay, ich hasse das Inventarmanagement jetzt gerade. Kann ich nicht einfach irgendwas wegschmeißen? Monotov. Ich will das wegschmeißen. Ich schmeiß jetzt diese ganzen Mist weg. Heute, 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 morgen Fettschiss. Nicht erstaunlicherweise gar nicht. Was mich sehr gewundert hat. Erstaunlicherweise so gar nicht. Oh, da sind Phantombilder. Okay, meine Pistolenmunition ist voll. Warte mal. Jetzt kann ich wieder was aufsammeln, oder? Ja. Hallo, ich stehe über den Ding. Casino, okay. Hier komme ich so nicht rein. Du Glücklicher. Ja, du hast wieder die Schüssel gesprengt, ne? Man könnte sagen, das war quasi das Inferno Fatale. Danach sah es bei dir zu Hause so aus wie hier. Okay, wir gehen erstmal in die Holding Cells. Wir müssen hier irgendwo noch den Code finden. Vielleicht auch hier. Ein Radiergummi, okay. Ich nehme alles mit. Okay, das kann ich nicht mitnehmen. Mein Inventar ist schon wieder voll. So sieht es bei Scott Luke direkt zweimal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also quasi die doppelte Apokalypse. Einfach reicht ja auch nicht. Aber hier ist kein Hinweis oder so, ne? Den ich übersehen habe. Okay, wir gehen erstmal hier rein. So. Oh Gott. Hallo? Herr Verbrechermeister, sind Sie da? Oh oh. Herr Verbrechermeister? Da ist auch keiner zu Hause. Die Zellen sind alle leer. Oh nein. Da gehe ich nicht hin. Entschuldigen Sie, Herr Verbrechermeister. Ja, so 20 Uhr circa. Ich hoffe, dass ich bis dahin hier das hier noch durchgespielt kriege. Weil ich das unbedingt, äh, gern durchspielen würde, weil, ja. Es ist echt ein geiles Spiel, das ist. Das ist eins der besten Spiele dieses Jahr, was wir gespielt haben bisher, finde ich. Oh, hier so eine schöne Chemie-Took-Kloake. Okay, ich habe genug explort. Ah, hier ist was. 7, 3, 1, 9. Okay, das nehme ich nicht mit, weil ich das nicht brauche. 7, 3, 1, 9. Jetzt kriege ich bestimmt Besuch. Ich renne! Ich sehe nichts! Ich habe im Dunkeln getroffen! Oh nein. Ich will da ein bisschen... Oh Gott. Ciao! Die sind aber auch nicht so schlau, ne? Hallo. Oh Gott, guck mal, der hat sich festgebackt, da. Okay, schlau sind die nicht. Oh nein, ich habe den Kot gegessen. Hat jemand den Kot aufgeschrieben im Chat? Wisst ihr das noch? Ich habe den Kot vergessen. Ich glaube, 7, 3, 1, 9, ne? Aber ich gehe nochmal gucken. 7, 3, 1, 9. Ja, ich kann mich doch auf mich verlassen. Hätte ich mal einfach machen sollen. 7, 3, 1, 9. Hier sind doch alle tot, oder? Warum ist die Musik noch so bedroht? Oder ist da noch einer? Warte mal. Mal. So. 7, 3, 1, 9. Und rein da. Oh, ja. Oh. Hasta la vista, Baby. Okay, jetzt müssen wir noch die letzte Location machen Und die vierte Karte finden Und dann haben wir es durchgespielt, oder? Die ganzen Zeit-Locations würde ich außerhalb des Streams nochmal machen Wir haben die Shotgun Jetzt müssen wir eine noch zur letzten Location Die müssen wir jetzt finden So, zurück in die City Also die letzte Location finden Die letzte Karte machen Und dann haben wir es eigentlich durchgespielt Die kleinen Zeit-Locations Die mache ich nochmal in der schönen Aufnahme Als Bonus-Folge Aber die Haupt-Story vom Early Access Ist dann erstmal durch Nur die Frage ist jetzt, wo wir hin müssen Ähm Ich würde sagen in die Richtung irgendwie Oder da Aber ich glaube eher da, oder? Ich glaube eher, wir gehen hier rum Die Map ist groß London ist ja auch nicht so klein Da ist St. Pauls wieder da hinten Da waren wir Geh weg Ich geh mal hier lang Vielleicht hier hinten schon Aber hier waren wir, oder? Waren wir glaube ich schon, oder? Ja, hier waren wir schon Lass mich in Ruhe Lass mich in Ruhe In den Straßen von London Was haben wir hier gefunden? Eine U-Bahn-Station East Forge Safe House Okay Ist hier hinter vielleicht die Waffenfabrik Oder was auch immer das ist Hier ist auf jeden Fall ein Safe House East Forge Das könnte es sein, oder? Aber es sieht mir nicht so aus Als wenn man hier reinkommt Was haben wir da hinten? Ach, das ist das Gefängnis, ne? Oh Gott, oh Gott So sehen die kleinen Straßen von London aus Das kann ich auch bestätigen Ich weiß nicht, wie es euch geht Aber ich gehe nachts super gerne durch Städte Und ich bin auch nachts durch London gelaufen Letztes Jahr Oder spät abends Und das Feeling dort Ist einfach ultra geil Also jetzt dieses Jahr Ist vielleicht ein bisschen gefährlicher geworden Aber Okay, aber anscheinend Kommen wir hier so nicht rein Da sind wir wieder bei St. Pauls Okay St. Pauls Safe House Ist okay Aber wo ist denn die vierte große Location? Da scheint die Map erstmal zu Ende zu sein Okay Okay Ich muss aber schon wieder pinkeln Ich habe zu viel Kaffee getrunken Da ist der Freizeitpark Da waren wir auch schon Kann man hier hinten irgendwie raus? Aber da sieht es so aus Als wenn die Hochhäuser in London Nicht mehr so ganz intakt sind Nee, das ist St. Pauls hier, ne? Durch und durch St. Pauls Wobei das nicht originalgetreu ist Normalerweise ist dieser Platz hier frei erreichbar Der ist nicht hinter so einer Mauer Aber ich denke, damit ist die Map begrenzt Weil hinter der Map geht es nicht weiter Nee, da hinten geht es auch nicht weiter Wo müssen wir denn hin? Also mein Kritikpunkt an dem Spiel ist bisher die Map Weil die Map, äh Ich kann halt jetzt nicht zoomen Ich kann halt ein ganz kleines Stück hier so rauszoomen Aber ich würde gerne mehr Damit ich einen besseren Überblick habe Oder muss ich da rein? Muss ich in den Tunnel Muss ich da rein? Okay, das war hier vorne gleich Aber ich kann hier ja nicht rein Der Hebel geht ja nicht Nö Dieses Wetter in London Immer Regen Im Park waren wir Hier können wir Fast Travel machen Wie mache ich einen Fast Travel? Joah Ich würde erstmal kurz pinkeln gehen, glaube ich Und dann überlege ich mir gleich, wie ich die Location finde Ja, ich lasse mich mal kurz hier in der Karte sitzen Und dann bin ich gleich wieder da Bis gleich So, ich schalte mal kurz auf Pause So, ich schicke euch kurz in die Pause rüber Da war auch glaube ich der Hebel gestimmt gerade So, ich schicke euch wieder hinbekommen So, ich schicke euch gerade So, ich schicke euch mal kurz los So, ich schicke euch mal kurz in die Pause Und dann überlege ich mir das So, ich schicke euch mal kurz in die Pause Untertitelung des ZDF, 2020 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 gefurzt. Ich hab überhaupt nicht gefurzt. Das ist eine Unterstellung, die weiß ich zurück. So. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Beyond Hanwell. Wir werden jetzt die vierte ID-Card suchen und dann werden wir es zu Ende bringen. Und, äh, los geht's. Ich glaube mal, hier sind wir falsch. Ich würde gerne nochmal zurückgehen. Weil ich glaube, da hinten war schon nicht die falsche Region. Private Property, hier kommen wir nicht rein. Da hinten sieht es schon so fabrikmäßig aus oder so. Oder es hat ja etwas mit Waffen zu tun, anscheinend. Kommen wir hier rein. Nummer 1, have me do. Die ist glaube ich noch nicht fertig, ne? Das ist auch noch eine Location, die glaube ich noch kommt. Und wo ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr rauskomme. Aber doch, hier hinten sieht es gut aus. Dann komme ich rüber. Nein! Okay, kann ich nicht. Die Tür sind noch gar keine Türen. Das würde ich mal sagen, ist so eine Early Access Location, die noch nicht fertig ist. Nummer 12. Okay, aber es bringt mir nichts, oder? Ich kann hier nirgends rein. Nee. Oh mein Gott. Noch ein neuer Sub. Submarin, dankeschön. Für 11 Monate. Und es wird immer weiter gefurzt. Und das Jahr ist bald voll. So, ich laufe hier mal weiter. Einmal wunderbar.